Justin hat ein neues Auto Reaction Video. Das muss ich doch unbedingt anschauen. Erster Sportwagen. Du, wie alt ist denn der? Der Justin? Ja, wie alt ist denn der? 23, 24? Justin ist 23, 24. Das war auch die Zeit, wo ich mir meinen ersten Sportwagen geholt habe. Da habe ich hier ein Video vom Inscope noch. Oh, warte mal. Zack, genau. Das hier war damals. Leute, das ist ein, was war es? Dreizylinder, gell? Ja, ja, das ist ein Dreizylinder. Hier, damals, Ferrari, auch mit 24. Und ich freue mich ja bei sowas immer. Also ich freue mich da für den Justin. Schauen wir mal, was er sich da rausgelassen hat. Ein ganz, ganz besonderer Tag für mich. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon erwartet. Es gibt endlich, ich sehe es halt auch schon, ein neues Fahrzeug für mich. So, bin ich hier in Hechingen. Wir haben vier Stunden Autofahrt gerade hinter uns gelegt. Danke nochmal. Und das nette Kamerateam sind alle in der Videobeschreibung verlinkt, die mich hier supporten. Und die mich auch vorher hier mitgenommen haben, damit ich direkt mit meinem Auto was mir hier schenke. Was ist denn das bitte für ein Mercedes? Weil hier sehe ich jetzt gerade vier, fünf Mercedes, ey. Aber das sieht hier unter dieser Hülle, sieht es nicht aus wie ein GTS. Sieht nicht aus wie ein GTS, oder? Nee, gar nicht. Was ist das hier für ein, naja, Wagen, der bei Mercedes steht, aber nicht aussieht wie ein Mercedes von der Silhouette her? Okay. Ähm, wer auch wieder zurückfahren kann, ich freue mich unfassbar. Ich habe es in echt noch nie gesehen. Und es ist eine geistkranke Farbe geworden. Und ich habe mir hier einen unfassbar kranken Traum ermöglicht, der auch vor nicht allzu langer Zeit entstand. Wir haben vor allem in Streams ein bisschen drüber geredet. Mich freut es immer, wenn Leute ihre Träume erfüllen. Finde ich richtig geil. Duftet die Farbe mit entscheiden in Streams und ich freue mich einfach unfassbar. Justin hat mich gar nicht gefragt, ob ich mitentscheiden will bei der Farbe. Das Ganze jetzt nochmal in Real Life zu sehen. Und ihr seht das zum ersten Mal genau wie ich. Deswegen, wir können eigentlich direkt loslegen. Ich bin hier in Heching bei Auto Sederding. Ich habe hier in ein cooles Autohaus gefunden, die mir das ermöglicht haben, genau den McLaren zu finden, mit dem ich... McLaren? Oh no! Oh no! Weißt du noch, wo ich in diesem blauen McLaren so hart geblitzt wurde? Aus dem Autohaus raus und direkt... Boah, Leute, ich bin in eine McLaren-Probe gefahren, habe mir überlegt, einen McLaren zu holen. Und dann wurde ich so hart gelasert. Und dann bin ich vor der Juicery stehen geblieben. Dann kam direkt die Polizei, hat mich direkt festgenagelt und ich musste... Ich hätte eigentlich sechs Monate lang den Führerschein abgeben müssen. Der Vater vom Thermo, aber Shoutout an dieser Stelle, konnte mich rausboxen und musste den Führerschein nur einen Monat abgeben, während ich in Thailand war. Das heißt also, ich kam da extrem glimpflich aus der Sache raus, habe mich aber 3.000 Euro gekostet. Und dann habe ich mich spontan gegen McLaren entschieden. Also ich habe leider sehr negative Assoziationen zu McLaren, obwohl es eigentlich ein cooles Auto ist, habe ich einen richtigen Abtörn an diesem Tag gegen McLaren bekommen. Auch genau mit der Ausstattung, die auch die Folierung übernehmen können und so, das ist alles schon sehr, sehr perfekt geworden. Deswegen ja, würde ich sagen, legen wir los. Ich bin der Louis von Autos AG in Germany. Ich bin hier Verkäufer. Wir liefern heute das Auto. Schreibt mal bitte rein, wie alt ist denn der Justin? 23, 24? Und dem Justin aus. Dann McLaren 570 S. Trägt der Justin da gerade den neuen Rudy aus der Everest-Kollektion? Nein, der nicht. Bass, 600 Newtonmeter Drehmoment. 0 auf 100, 3,2 Sekunden. Ganz kaum. Welcher McLaren hat 3,2 Sekunden? Das muss einen 5,40 sein oder was? Oder gibt es überhaupt einen 5,40? Es gibt einen 5,70, glaube ich. Der 5,70 ist, glaube ich, schneller. Ich glaube, der 5,70 ist schneller, Leute. Ich glaube, der Justin hat sich einen 5,40 geholt. Schau mal weiter. Am besten weiß ich, wie wir das schneller machen würden. Spaß, lass dir zeigen. Also von mir aus kann jetzt gerne jemand die Plane abziehen. Ich bin mehr als ready. Die Farbe ist unfassbar krass geworden. Ist ein 5,40, oder? 5,70. 5,70? Ich habe gerade gegoogelt. 3,2 Sekunden. Ich kaufe euch noch mit der Kamera drin. Aber ich dachte, diese McLarens sind immer so schnell, weil zum Beispiel der 488er Spider von mir hat ja 3,0 Sekunden von 0 auf 100. Und der 5,70 hat 3,2 Sekunden. Was kostet denn der 5,70? Gehen wir mal ganz kurz rein, Leute. Schauen wir mal ganz kurz, was er 5,70 kostet. Interessiert mich jetzt gerade. Ganz, ganz besonders. Will ich sehen. Mobile. Da. McLaren 5,70. S. S, oder? Zack. Ah, die, 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 stimmt Leute. Die Brutalen sind die, die Brutalen sind die ab 600 anfangen. So der 600er, 27er, das sind die krassen McLaren. Aber trotzdem gratuliere auch an den McLaren. Fang an bei 130, 150, hier. So, hat auch der Kollege hier. Zack, gehen wir mal rein. Ja, ungefähr so das Modell, oder? So, zack, weiß, kostet 130 Euro, also 130.000 Euro, netto 110. Finde ich, ist ein guter Start in die Sportwagen-Karriere von Justin. Schauen wir mal weiter. Was ist das hier? Ey, komm. Ich finde weiß ja geil. Ich bin auch so ein riesen Fan von so einem Perlmuth-Weiß. Ich hatte auch meinen allerersten Sportwagen, Leute, den Ferrari, auch in diesem Weiß. Ach, Akzenten? Mit schwarz- und orangenen Akzenten, finde ich, schaut geil aus. Also ich finde, das mit dem Orange reißt es richtig raus, richtig geil. Richtig geil, Justin. Dann hier die ganze Zeit auch orange und dann aber dieses blasse Blau. Geil. Also ich finde die Kombination richtig geil. Ich finde dieses Orange richtig geil, Bremssättel dann drinnen. Alter, schön. Ganz geil. Das ist jemand auf der anderen Seite. Jetzt muss ich eines gleich sagen, Leute. Digga, sieht das krank aus. Übertrimerftig. Übertrimerftig. Loni, wir gehen es zu. Ey, Leute. Jetzt kann ich eines sagen, Leute. Und zwar, am Anfang, finde ich, sieht immer dieses raue Wildleder oder wie heißt es nochmal? Alcantara-Leder. Das sieht am Anfang immer mega geil aus. Aber ich nehme es deswegen nicht mehr in Autos, weil über die Dauer verfettet das komisch und wird so komisch. Also das ist... Glatt. Das wird dann so glatt, das wird ganz komisch speckig. Also am Anfang ist es mega geil. Auf Dauer ist es leider meistens nicht geil. Schauen wir weiter. Leute, was das für ein anderes Feeling ist, schon mal diese Flügeltüren zu haben. Geil. Ziemlich diese Scherentüren. Ich werde immer verbessern. Und das ist... Übertrübe-Welt. Ey, ich kann es gar nicht fassen gerade. Echt. Das ist wirklich überkrass. Halt ist so zwei Sitze. Ich freue mich da auch übel krass für den Justin. Ich finde es richtig geil. Und ich weiß auch nicht, warum in Deutschland so viele Leute bei solchen Sachen haten. Zum Beispiel, wo ich mir meinen ersten Sportwagen geholt habe, dann haben so viele Leute reingeschrieben. Boah, du dreckiger Angeber, bla 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 bla. Und ich habe es gar nicht verstanden, weil ich komme ursprünglich aus den USA, aus Seattle, Washington. Und in den USA, da freut sich immer jeder, wenn jemand einen Erfolg hat, wenn jemand sich was gönnt. Und da teilt man das auch mit der Intention, dass man andere auch motiviert und alle freuen sich für einen. Das motiviert dann alle. Und in Deutschland habe ich oft so das Gefühl, dass sich dann andere schlecht fühlen. Oh, jetzt kann der sich das leisten, ich kann es mir nicht leisten. Und dann sind die sehr oft neidisch. Und ich habe das anfangs gar nicht verstanden, bis ich erst so hinter diese deutsche Mentalität kam. Schauen wir weiter. Das ist ja auch so jetzt, man kann jetzt nicht viele Freunde mitnehmen. Ich glaube, das bessert sich, oder? Das ist sehr, sehr begehrt. Das weiß ich jetzt schon. Aber übertrieben krass. Also ich hoffe, dass ihr die Schlüssel bekommen. Wir machen das Ganze jetzt mal an. Natürlich darf die Technikseite auch nicht fehlen. Also ein paar Details. Jetzt bin ich auch auf den Soundcheck gespannt, ob der Sound geil ist. Außerdem der Vladimir ist hier. Komm, Vladimir, komm. Setz dich doch mal her, komm. Vladimir. Dann setze ich mich mal. Setz dich doch mal direkt her, komm. Regieren wir mal auf das Video. Ich hoffe, dass dein Kopf nicht zu viel hier verdeckt. So. Setz dich mal so seitlich, genau. Okay. Wir werden jetzt noch genannt. Ich bin natürlich selber auch. Also ich weiß schon, was alles drin ist, aber jetzt nicht so 100%. Deswegen ist es für mich jetzt auch nochmal nice zu sehen. Okay, also zu den Sonderausstattungen, wenn wir mal von außen anfangen. Wir haben hier zehn Speichen Schmiedefelgen. Wenn wir hinten schon sind, wir haben einen Sportauspupp. Komplett in Max Schwarz. Zum Innenraum. Wir haben hier ein Performance-Interieur mit Alcantara und diesem orangenen G-Azenten. Gleich am Armaturenbrett. Oben Alcantara, unten dieses orange Leder. Und das gleiche auch im Lenkrad. Wir haben auf beiden Seiten zehn Lautsprecher-Baus und Wikings-Soundsystem. Wir haben die Gurte, auch in orange. Alles farblich passend. So, jetzt machen wir das Ganze mal an. Bevor es angeht, McLarenz, Leute, ihr müsst Folgendes verstehen. McLarenz sind von der Innenraumgröße ähnlich wie zum Beispiel jetzt einen Lamborghini Huracan, einen R8. Und ich finde es halt innen drin nicht so bequem. Zum Beispiel einen 911er Porsche oder auch einen GTS oder die 488er Ferrari. Die sind innen drin deutlich komfortabler. Und ich finde wirklich so ein McLarenz ist halt ein richtiger klassischer Sportwagen, den man nicht so geil im Alltag fahren kann. Also da ist es mit Ferrari schon anders. Die kann man deutlich besser im Alltag fahren. Auch zum Beispiel Lambo. Mega unangenehm im Alltag. Aber jetzt mal zum Sound. Das ist schon geil. Dicke Sound. Wer ist denn der Justin zum Nachnamen? J.F. Justin Fitzgerald oder wie? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Justin Fitzgerald. Heißt du das? Geisteskrank. Heißt du das? Das ist echt Lass. Ich mach ihn mal wieder aus. Das hört man nicht an. Dicke, man hört mich einfach gar nicht. Man hört mich er ehrlich gar nicht. Das ist krass, also ich kenne ja schon den V8-Zaun vom 10.61, aber das sehe ich noch mal so ein anderes Level, weil der irgendwie so viel höher ist, obwohl das ja auch V8 ist, das ist krass. Wir haben dann jetzt hier noch den Boss hier bei uns. Der Big Boss. Der hat auch die Louis Jacke, der hat auch die Louis Jacke. Wir sind auch sehr froh, dass der Justin sich bei uns entschieden hat, das Auto zu kaufen, aber wir haben das beste Auto gehabt, also von dem her. Ja, das ist wirklich das Beste. Osteuropäischer Kollege mit einer AP und einer Louis West, richtig nice. Aber das ist kein normales Autohaus, oder? Kein Mercedes Autohaus. Das ist kein Mercedes Autohaus, selbst nicht, weil da hinten drin steht ja auch noch irgendein anderes Auto. Im Maibach habe ich auch gesehen, richtig geiles Autohaus, schau mal. Das Auto ist wirklich voll und das ist ein Neuwagen, jetzt wird der erstmal langsam gefahren, vielleicht 1000 km. Ich denke, Russe ist noch erstmal noch gar nicht, überhaupt. Ich denke, der kommt schnell rein. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gibt es jetzt ein paar coole Aufnahmen. Wofür habe ich euch denn sonst mitgenommen? Ja, okay, dann, let's go! Diese Aufnahmen wurden geil, jetzt hab ich ein bisschen über mich gesehen. So cool, also, Gratulation an Justin, für alle anderen Leute. Setzt euch Ziele, haut rein, arbeitet hart, lernt viel. Und wenn ihr auch Justin-Zuschauer seid, okay, dann schaut euch nicht nur das an, was der Justin produziert, sondern überlegt euch auch mal, was macht der Justin hinter den Kulissen. Also, geht nicht her und seid nur ein Justin-Konsument, der sich anschaut, was der Justin für Reactions ist, sondern überlegt euch mal, wie hart muss der Justin jeden Tag auch diszipliniert arbeiten. Der macht jeden Tag Posts, nimmt Videos auf. Ich weiß nicht, ob er sich selber schneidet oder nicht. Und hat dann ein Modelabel. Baut da wirklich strategisch, diszipliniert, sauber ein Business auf. Und überlegt euch mal mehr, was er hinter den Kulissen macht und was er nicht zeigt, wie das, was er eigentlich zeigt. Das ist also mein Tipp bei mir auf dem Channel. Ihr könnt auch gerne vorbeischauen. Bei mir geht es rein wirklich um Politik, Wirtschaft, Marketing, Vertrieb, Unternehmertum, Business. Alles von A bis Z. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Beschreibung. Macht's gut. Eines will ich noch sagen, das war, man sieht es auch bei Mahan. Der Mahan war ja auch hier. Gerade in München bei uns, da sieht man auch, hey, auf YouTube sieht man eigentlich nur wirklich das Grobe. Heißt, er läuft rum, fragt die Leute, hey, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, oder interviewt er die Leute. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, ja, wir hatten den da, ich hab mit dem gesprochen gehabt, so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Und es ist halt auch ein Hustler, ja. Er ist im Hotel gewesen, war ganz kurz was essen, ja, und arbeitete 24-7. Er schneidet seine Videos selber, ja, hat noch da ein paar Projekte mit seinem Bruder am Laufen, ja, das sind wirkliche Hustler eigentlich, ja. Die verdienen es auch, ja. Die verdienen es sich. Genau. Also glaubt nicht, dass jemand wie der Justin oder auch diese anderen Leute, glaubt nicht, dass sie den ganzen Tag chillen, sich abends irgendwie rein kiffen und nur rumhängen die ganze Zeit, sondern wirklich, die sind, würde ich mal vermuten, strukturiert mehr oder weniger den ganzen Tag, die ganze Woche am Arbeiten mit einem Plan, mit einem Ziel. Und nehmt euch auch daran vor allem ein Vorbild. Haut's rein. Bis dann.